moin leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute tun wir mal den gewinner von dem action merch herausfinden also wir tun den ganzen halt losen das machen wir einfach mit dem comment picker also dazu müssen wir auf jeden fall erstmal die url des videos kopieren das ist auf jeden fall auch richtig krass wie das video hier abging wir haben einfach 23 likes hier 102 aufrufe das auf jeden fall dann haben wir die url kopieren die hier rein wir haben die anzahl der kommentare zu 27 jetzt gehen wir mal hier auf losung starten oder halt hier gewinner auswählen let's go leo springer hat gewonnen und er hat sogar seinen namen dazu geschrieben das habe ich mir vergessen zu sagen in dem video dass man seinen namen noch dazu schreiben soll wäre es eigentlich auch nicht so schlimm gewesen hätte halt derjenige sein namen hätte ich den irgendwie kontaktiert über insta oder so über über discord und daher hätte mir dann schon den namen geschrieben dann gehen wir sofort in roblox rein dann gehen wir auf die gruppe leute jeder der und jeder gruppe ist übrigens ihr könnt gerne beitreten kein problem und dann konfigurieren auf auszahlung einmalige auszahlung empfänger bist sogar in der gruppe drin und wir tun dir jetzt auszahlen fünf robux verteilen let's go oder abgebucht oder erfolgreich ausgezahlt gut also leute wenn ihr auf jeden fall bock habt auf weiteren verlosungen dann lass auf jeden fall noch einen like unter diesem video da vergesst sich zu abonnieren die glocke zu aktivieren ist ganz wichtig leute dann verpasst ihr keine weiteren streams und keine neuen videos oder verlosungen und ja dann hätte ich gesagt es schreibt mal gerne mal unten in die kommentare irgendwelche verlosungsideen und dann hätte ich gesagt heute wir sehen uns im nächsten video wieder auch drei entire action wolf